Denken ruiniert die Frisur. Also Alex Silber as Transformer. Ich hoffe, es wird vermittelt, dass die Aktivitäten, die man im kreativen Prozess macht, immer auch persönliche Entwicklung bedeuten. Und irgendwo scheint das bei mir in meiner Arbeit der Fall zu sein. Und wir werden das vielleicht jetzt an einzelnen Exponaten unten in der Eingangshalle einmal versuchen anzuschauen. Hier sehen wir ein performatives Stück, ein narratives Setting. Die Arbeit ist jetzt sozusagen zum Stillstand gekommen und heisst »Häute deine Worte«, »watch your words«, spielt auf die mediale Situation, dass wir im Prinzip gefordert sind, das richtige Wort zu finden. »Yellow Camp«, farbige, gelle Zelt unter einer Glocke. Und der Effekt, den das aber haben, so wie bei einer Karikatur, ist im Prinzip das, was mich antreibt, mit den geringsten Mitteln die grösste Wirkung zu erzielen. Und das ist die Transformation im Prinzip von der Zeit. Es ist eine Zeitreise. Und was man damals angeschaut hat, erscheint heute immer ein anderes Licht. Es ist eine Abschiedsausstellung, gleichzeitig aber auch ein Anfang für eine Serie von Ausstellungen, die hier in der nächsten Zeit stattfinden sollen. Und ich werde das mitnehmen, was ich da mit den Studierenden gelehrt habe. Ich habe sehr viel gelehrt, ich bin da auch sehr dankbar. Ich finde überhaupt, Transformation ist im Prinzip das Prinzip vom Lernen.